Schööfe Leute, herzlich willkommen nach langer Zeit, mal wieder zu einer weiteren Folge inразiert! So und ihr seht schon, wir sind heute mal nicht auf den Revieserver und spielen getorn, sondern weil jetzt hat ja auch der MC Empire Server eröffnet Und da spielen wir natürlich, wie versprochen, Lights Out als Get Down-Ersatz. Ich habe auch für die heutige Challenge eine zweite Cam aufgebaut. Wir sind nicht hier. Hi! Und die heutige Challenge möchte ich vormerken, hat was mit Wasser zu tun. Mit sehr viel Wasser, wie ihr schon im Intro gesehen habt. Und zwar werde ich jedes Mal, wenn ich runterfalle, ein Glas Wasser trinken. Ich habe auch hier noch als Ersatz, wenn ich nachschränken muss, eine Wasserflasche. Also muss auf jeden Fall reichen. Ich habe jetzt hier fünf Gläser am Tisch stehen. Und jedes Mal, wenn ich runterfalle, wie gesagt, werde ich ein halb gefülltes Glas Wasser trinken. Aus zeittechnischen Gründen habe ich bloß das halb voll gemacht. Weil sonst würde ich einfach die ganze Lights Out-Runde einfach trinken. Und ich würde einfach sterben, wenn ich einfach permanent runterfalle. Vor allem Lights Out ist auch nicht unbedingt das leichteste Spiel. Gut, dann will ich gar nicht so lange reden. Ich würde sagen, schönerin. Bis gleich, ingame. So Leute, wir sind jetzt in der Runde Lights Out und es geht auch schon gerade los. Und ich hoffe mal, dass ich nicht vergesse zu trinken, immer wenn ich verkacke. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt auch nicht gezackert werde. Und wir spielen natürlich bei Try It natürlich ganz vorsichtig. Weil sonst muss ich natürlich leiden. Das käme ich ja zu gut von uns. Aber es sieht schon mal gut. Nein! Oh, ich hätte ganz fast verkackt. Wir sind gerade erst da. Ich bin genickt als Ivan Diamonds. So, Blindheit. Jetzt bleiben wir hier mal stehen, weil sonst ist es schadhaft für uns. Gut, dann hier... Das war so typisch einfach. So Leute, eigentlich aus. Nummer 1 ist weg. Boah, ich sollte nicht... Nein! Scheiße, gleich nochmal. Nummer 2. Okay, 3 Gs haben wir noch. Da muss ich noch... Das ist jetzt nicht mein Ernst, oder? Ich bin so... Okay, jetzt aber. Mehr Konzentration jetzt, oder? Weil sonst... Das war jetzt richtig gefällt einfach, Leute. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich einfach dreimal hintereinander fehle. So. Und wenn ich die Runde verliere, dann trinke ich auch noch mein Glas, weil einfach Wasser ist jetzt auch nicht so eine harte Challenge. Naja, kommt jetzt drauf an, ob ich dann Platz werde nach der Challenge oder nicht. Ich fühle mich schon ein bisschen voll, ich habe auch davor... Nein, ich wurde zurückge... Ich wurde zurückgepackt. Scheiße, oh, mein blöder Pink schon wieder. 4. Also jetzt haben wir schon mal einen guten halben Liter... Ja, okay, warte mal. Ja, gut, ich lasse lieber Mathe jetzt. Multiduke gewinnt gleich. Die Runde hat noch 46 Blöcke vor sich. So, hier runter. Langsam. Und wir brauchen unbedingt mal Coins. Wir haben bloß 100 Coins, weil ich durch das Runterfliegen einfach so viel verkackt habe. Einfach. Das kann es ja nicht sein. So. Das liegt wahrscheinlich an dem Naked-Player, dass ich so schlecht bin. Möö. Oh, 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 oh. Nein, ich habe schon wieder vollgekackt. Jetzt habe ich kein Gas mehr. GG, Marvin hat die Runde gewonnen. Ja, Marvin hat mir auch mein PC zusammengebaut. Ich muss es auch schenken. Hoffentlich reicht mir das, was du überhaupt nicht weiter solltest. Nein, jetzt habe ich ein ganzes Gas. Ja, gut, machen wir es so. Scheiße. Das ist gerade alles so spontan schon wieder. Und es läuft die Runde eigentlich ganz gut. Natürlich für die anderen Spieler, nicht für mich. So, und jetzt konzentrieren wir uns mal. Ich mache jetzt einfach dann gleich. Wenn ich voll kacken sollte, trinke ich halt einfach bloß ein halbes Gas. Langsam. Wow, ihr mit diesem... Ah! Also, ich habe einfach... Und wir haben einfach so voll kackt. Wir haben einfach 200 Coins. Nur mal, wenn ich leidzahnd normal spiele und nicht so nervös bin wie ein Triad. Ich habe immer so 1000 Coins, Mann. Ich fühle mich gerade dezent einfach verarscht. Von Triad, von dem Format eindeutig. Dass ich nicht so viele Coins habe wie üblich. Man, es liegt einfach daran, dass ich einfach so viel verkacke. Und auch nicht aktiv spielen kann, weil ich ja immer wieder trinken muss. Aber wir versuchen es... Oh, fuck. Es wird immer weniger an die Herzen. Und es ist einfach cool, dass wir gerade einfach so eine schöne Runde voll bekommen haben. Nein! Jesus Heck! Oder Jesus Heck! Scheiße! Mann, der hat mir einfach... Nein, geh weg, Mann! Ja! Oh! Eineinhalb Herzen noch! Der Husch! Vielleicht bekommen wir die Coins-Blocke. Oh, Multidioke gewinnt gleich die Runde. Ja, noch 31 Blöcke. Dann würde ich mich runterkicken, oder? Nee, er geht in die andere Richtung. Oh, er merkt sich. Zum Glück. So, er holt sich den Coins-Blocke, ist bei mir noch irgendwo gekommen. Es ist einfach nice, wenn wir die Runde gewinnen würden. Und... Nein, er hat gewonnen! Nein, er hat Eis-Aber gewonnen hat. Reisiges GG. Ich muss trinken, ja, weil, wie gesagt... Versprechen muss man halten. Ich hab bloß noch eine halbe Flasche. Also, ich kann jetzt noch maximal zweimal trinken, dann muss ich rüberrennen und das Wasser nauffüllen. Scheiße, ja, ich kann bloß noch zweimal trinken, Mann. Ich hab ja einfach so verkehlt. Ich hab hier noch Mineral... Wart. Scheiße, jetzt hab ich Mineralwasser nachgefüllt. Ich hab die falsche Flasche erwischt. Mann, die Spezialist. Okay, Leute. Stimmt, dann hab ich noch zwei Ladungen im Wasser da. Also, hab ich noch insgesamt vier. Das kann ich noch viermal verkacken, weil ich jetzt versehentlich mein Mineralwasser reingekippt hab. Nein! Mineralwasser! Ich fühl mich grad so, als hätt ich einfach so einen Wassertank im Magen. Boah, beziehungsweise in der Blase, Mann. Das kann ja nicht sein. So, wir haben bloß 500 Coins. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Gas geben. Den Lucky Block, den will ich jetzt sicher das geben. Weil ich jetzt seh schon, dass das ein Vollblock ist und dass ich dann nochmal trinken muss. So. Ne. Ah! So. Gut, hier runter. Ah! Na, schrecken! Ach, kack drauf! Ich trinke jetzt gleich so ein Stückchen aus der Flasche. So. Na! Ich fülle jetzt wieder auf, dass wir es besser sehen einfach. Ah, wir sind in der Shopping-Phase. Ah! Oh! Scheiße! Was ist das für eine Aufnahme? So verkackt hab ich schon lange nicht mehr. Oh Gott, die anderen haben wahrscheinlich 100.000. Die Cube hat einfach 1.012. Ich hab verkackt. Ich seh mein Ende jetzt schon ins Auge. Ich muss mir irgendeine Alternative einfach lassen. Ich hab jetzt mal mittelmäßiges Equipment. Mit einer Angel kann man immer recht viel machen. Angel, Schnelligkeit und so. Oh nein, er kam jetzt schon auf mich. Wow! Dro-Move! Nein! Nein! Ihr geht doch nicht auf den Zelt! Auf mich, Mann! Nein! Bitte! Nein! 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 Ich wollte doch wenigstens anständig spielen! Als Abschluss dringte ich einfach nochmal das Ganze. Weil ich hab eigentlich so gesehen zwei Verkecke gehabt. Ich hab die Runde verloren und bin gestorben. Also muss ich eigentlich Zweifel trinken. Also mach ich jetzt noch zur Ehre. Boah! Ich fühl mich grad wirklich so übertrieben. Als hätte ich einfach wirklich... Nennt erst, war's das Danke Magen. Beziehungsweise in der Blase. Ich hab jetzt schon wieder falsch gesagt. Für zwei, wir sehen uns jetzt mal gleich in der Lobby wieder. So Leute, das war's mit der Folge Try It. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Es war einfach extrem viel zu trinken. Jetzt muss ich mal zusammenrechnen. Wie viel hab ich jetzt einfach getrunken? Ich hatte... Ich hatte zum Schluss einfach die Fünfte. Also hatte ich insgesamt elf halbe Gläser Wasser getrunken. Naja gut. Also wenn ihr auf jeden Fall Challenge-Vorschläge habt für Try It. Schreibt mir die jederzeit gerne in die Kommentare, dass auch dieses Format fortgesetzt wird. Ich hab auf jeden Fall wieder weithin mega Bock, dieses Format zu bringen, weil das einfach mein Lieblingsformat ist. Vor allem, weil ich ein Shirt davon hab. Möhe. Und schaut unbedingt, unbedingtstens, unbedingtstens auf den MC Empire Server vorbei. Der Server hat jetzt frisch eröffnet, wer ihn noch nicht kennt. Ich hab auch den Trailer. Den verlinke ich euch auch gerne nochmal unten in der Beschreibung. Und da hab ich jetzt auch grad Lighthouse drauf gespielt. Möhe, wie hab ich das gedacht? Genau. Und es gibt auch noch hier viel Anspiel, wo es alles geht. Es sind ja alles im Trailer. Also ich wünsche euch viel Spaß. Schönen Tag noch. Oder schönen Abend. Oder guten Morgen. Warte. Warte, wann ihr auch immer das Video seht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Rinnengeschön. Ciao, Leute.